Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rimbled. Ja, hm, lang ist her, dass ich dieses Spiel aufgenommen habe. Und es gibt auch schon ein neues Update. Es gibt jetzt die Beta 15 und mit der Beta 15 läuft mein alter Spielstand nicht mehr. Hm, schade eigentlich. Bedeutet, alles das, was neu ist bei Beta 15, was auch immer dieses ist, das weiß ich bisher noch nicht, nicht drum gekümmert. Wir können es auf jeden Fall nicht machen. Oder wir werden es nicht sehen. Denn noch will ich kein neues Spiel anfangen. Hier, ja, sind wir schon relativ weit gekommen. Und da wollen wir erstmal ein bisschen weiterspielen und mal schauen, was wir da noch Schönes sehen werden. An Kämpfen und an, ja, Verletzten, an vielleicht Toten, hoffentlich nicht so viel. Denn im Moment haben wir ja 2, 4, 6, 8, 10 Leute. Und, ja, im Moment macht es noch ganz viel Spaß, diesen Spielstand hier zu spielen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich denke, das werden wir in den nächsten Minuten hinkriegen. Hm, ja, ein paar Kommentare habe ich mir durchgelesen von euch. Oder alle Kommentare habe ich mir durchgelesen. Ein paar Kommentare kamen, ai, 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 ai. Bau die Betten und die ganzen Räumlichkeiten nach draußen. Denn wenn du einen Käferangriff hast, dann wirst du sterben. Ja. So, wie soll ich jetzt innerhalb von 5 Minuten alles rausbauen? Funktioniert nicht. Und die zweite Sache ist, sollen doch die Käfer kommen. Nein, ich weiß, dass es Käfer in den Höhlen gibt, dass sie irgendwo zufällig spawnen. Habe aber auch gelesen und gehört, dass sie nur dahin kommen, wo wenig Licht ist. Äh, gut, hier haben wir 59%. Deswegen habe ich ja überall relativ, ja, relativ viele Lampen hingestellt. Wenn sie kommen, kommen sie halt. Meine Idee ist es ja noch, deswegen habe ich den Weg, ähm, zweifach gemacht, dass ich hier noch, ähm, Geschütztürme hinstelle. Nur, wir brauchen halt Strom. Und ob meine Idee klappt oder nicht, keine Ahnung, wir werden es sehen. Wenn die Käfer kommen und uns überrennen, na gut, dann ist das halt so. Dann fangen wir halt neu an mit der Beta 15. Kein Problem. Ja, gut, ich würde sagen, wir machen mal auf Play und schauen einfach mal, wo wir stehen geblieben sind. Wir hatten ja die Probleme gehabt mit dem Kühlschrank, die sind ja gelöst worden. Alles andere, ja, müssen wir halt mal schauen. Und los geht's. Ja, hier haben wir irgendwie den Boden, glaube ich, wollte ich aus Beton oder so machen. Schieferplatte, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie wollte man hier den Boden anders machen. Hier wollte ich dann noch die Wände einzimmern, dass wir die Ventilatoren bauen können. Das können wir da schon mal machen. Ähm, hier ist zumindest schon mal eine Wand drin. Da haben wir einen drin, da haben wir einen drin. Da brauchen wir noch eine Wand. Die Wand wird gerade gebaut, das ist gut. So, hier müssen wir noch überall Böden reinmachen. Ähm, Boden, Boden, Boden. Holzboden. Das funktioniert schon mal. So, haben wir eigentlich gesagt, dass wir die... Überfall! Gut, jetzt müssen wir mal kurz auf Pause machen. Ich brauche erstmal hier einen Überblick. Ähm, was haben wir denn der hier? Gefängnis. Anwerbungsgespräch. Haben wir. Der hat zwar 99% oder sowas, oder? Wie war denn das? Ja, 99%. Und wer ist er hier? Er hat auch 99% Anwerbungsgespräch. Sie werden aber von uns eigentlich behandelt. So, unser Kühlschrank hat minus 1 Grad. Funktioniert auch. Da haben wir ein Schweinchen. Ah, ich weiß das alles gar nicht mehr. Hier haben wir die Klimaanlage, falls es zu warm wird. Genau, wir haben hier drinnen aber 19 Grad und sind im Winter. Das sieht ganz gut aus. Die Räume sind auch mit 19 Grad okay. Hier hinten müssen wir auch noch ein bisschen bauen. Aber gut, das machen wir glaube ich alles, wenn wir jetzt den Überfall mal gemacht haben. Der neue Rekrut war Schweine. Gut, kann weg. Eine Vorratskapsel haben wir hier noch gehabt zum Ortspringen. Äh. Was ist das? Uran! Aha. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Keine Ahnung, was wir damit machen können. So, und jetzt haben wir einen Überfall. Zum Ortspringen. Was haben wir denn da? Oh, die haben auf jeden Fall Schilder. Langschwert, Langschwert, Langschwert. Ja, gut, sollen sie kommen? Müssen wir gucken, wie es ausgeht. Wir haben die, wir haben auf jeden Fall Strom und wir haben die drei Geschütze. Das ist gut. Und ich würde sagen, wir schicken die Jungs mal, du schläfst. Wo bist du? Du bist da drinnen und hast noch keine Waffe. Gut, müssen wir uns auch drum kümmern. Du kommst mit deinem Bogen mal hier hin. Er pennt. Er hat hier dieses tolle Energiegewehr. Du kommst mal da hin. Du schläfst, du schläfst. Takeo hat ein Messer. Du kommst erstmal hier hin. Und du hast das Gewehr und du kommst mal hier hin. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, die Tiere machen wir mal wieder. Ähm, Tiergebiet 1. Das nervt ein bisschen mit den Tieren, aber gut, das kennen wir ja nun mal. So, dann schauen wir mal. Kommen die sofort, die Jungs? Oder habe ich jetzt gar nicht gelesen? Äh, scheint so, als wenn sie gleich kommen. Gibt's gleich Action hier? So, die Schütze sollten bereit sein. Und die Jungs stehen auch gar nicht so schlecht. Der ist tot. tot. Und der haut ab. Oh, den kriegen wir aber nicht mehr. Okay, und er flieht panisch. Gut. War gar nicht so schlecht. Weiter geht's, die Damen und Herren. Ähm. ausziehen und du rausziehen. Ja. Er repariert es. Sehr schön. Okay, jetzt wollte ich hier noch. Ähm, 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 ähm. Hier kommt eine Wand rein. Da kommt eine Wand rein. Okay, da ist er schon bei. Und die Tiere können wieder raus. Ähm, Heimatgebiet. Kann hier schon irgendein Schwein? Ah, der kann transportieren. Das ist gut. Das ist gut. Was ist denn eigentlich unser Heimatgebiet? Haben wir da die Felder mit drin? Mal gucken. Beschränkung. Ja. Sollten die Tiere eigentlich, wenn es irgendwas gibt zu tragen hier, mithelfen. Was haben wir denn hier? Ein Schweinchen. Der dürfte weniger als einem Tag. Nimm mal mit. Ich war, glaube ich, noch ein... Hier ist ein Bogen. Na, das sieht doch erstmal gar nicht so verkehrt aus. Sage ich mal so. So, die Akkus müssten sich jetzt auch wieder schön aufladen können. Ähm. Blastert war, glaube ich, unser Typ, der hier mit den Damen und Herren lernen kann. Tier kann Gegenstände transportieren. Ja, das ist gut. Die müssen das alles noch lernen. Also wir haben bisher einen Husky, der transportieren kann. Wow. Na ja, immerhin. Die Schweine lernen das noch. Okay. Oh, und das Schweinchen ist schwanger. Das ist cool. Na gut. Weiter geht's hier in dem Geschäft. Schweine hackt hier wie ein Verrückter. Das ist auch schön. Hier sollte mal einer sauber machen, langsam. Und die Sachen hier wegtragen. Dann können wir nämlich so langsam hier auch mal die Geschütztürme da hinbauen. Ajax hat sich vollständig erholt. Wer ist denn Ajax? Wer ist denn Ajax? Ach, die Katze. Ah, okay. Ich dachte schon, Ajax, der Name, sagt mir gar nichts, aber ich bin ja ein paar Tage raus. Was ist das hier? Ein Energieschild. Ein Energieschild kann ja glaube ich nur jemand tragen, der eine Nahkampfwaffe hat, weil man nicht aus dem Schild rausschießen kann, glaube ich. Deswegen nimmt mal Takeo das. So, Schweine. Was kann er denn hier? Nahkämpfer. Er ist auf jeden Fall ein Nahkämpfer. Haben wir denn noch irgendeine schöne Nahkampfwaffe? Einen guten Speer. Ein normales Messer. Was kann denn der hier? Nahkampfschaden 16. Der Speer hat Nahkampfschaden 30. Aber gut, es ist... Den Speer wirft man ja wahrscheinlich. Ist es keine Nahkampfwaffe? 9. Okay, dann kriegst du... Dann kriegst du den Stahlspeer hier. Wo bist du denn? Schweine. Oh, hier wird schon der Boden begonnen. Super. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Haben wir noch ein bisschen. Was war das hier? Pemikan, okay. Essen haben wir noch ein bisschen auf jeden Fall. So, wir haben 21 Grad hier innen und draußen haben wir... Wir sind im Winter und haben 17 Grad. Joa, das ist doch mal ein Winter. Gut. Hier wollen wir noch den Stahl abbauen. Denn Stahl brauchen wir ja. Immer. Und bauen wir mal alles ab hier. Denn wäre das ganz cool, wenn einer mal... Wer ist denn hier unser... unser Bauer? Unser Bauarbeiter. Strukturen abreisen, Strukturen deinstallieren, Gerüst ausbauen, Rohstoffe, Dächer einrichten, Dächer, Böden, Glätten entfernen. Okay. Macht der Ben gerade was? Achso, der schneidert. Ah, okay. Ich muss mich erstmal hier gerade wieder so ein bisschen finden, wer welche Aufgaben hatte. Aber... Das wird... Was kann denn unser Schwein hier? Verarbeitet Felsbrocken. Ach, der ist unser Klopper. Das ist sehr gut. Dann kommen nämlich die ganzen Steine hier raus. Banshee, der baut hier ab. Das ist auch gut. Priscilla nimmt Kartoffeln. Ist die unsere... Nee. Die trägt also, wie es aussieht. Nee. Wo ist denn Priscilla? Da. Nee, die trägt nicht. Wieso nimmt ich denn Kartoffeln? Ach, die isst wahrscheinlich Kartoffeln, ne? Ich brauche auf jeden Fall mal hier einen Träger, der das Stahlzeug. Oh! Vorratskapsel. Was ist das denn? Milch? Also ist da doch was Wahres dran, ne? Dass man von diesen Mufferlos Milch bekommt. Das ist ja geil. Und genau vor der Tür und auch noch so viel. Das ist sehr interessant. Okay. Cool. Frisch ungekühlt. Verdirbt in 13 Tagen. Was kann das denn? Hat einen Marktwert? Haltbarkeit? Nahstoff 0,05. Naja. Vergnügen gefräßig. Okay, gut. Haben wir. Was stand da noch? Milch von einem Tier. Ah, okay. Cool. Wieder was Neues gesehen. Oh! Ach, der trägt. Cool. Unser Husky trägt. Das ist geil. Schick, schick. Ich würde hier am liebsten noch mehr Steinchen haben. Da kam auch ein bisschen Kritik, warum ich das so mache. Die Leute könnten sich ja dahinter schützen, aber es verlangsamt auch den Weg. Und ich hoffe, dass das Verlangsamen, dass die Geschütze mehr schießen können, eine bessere Alternative ist, als dass sie hier einfach so durchrennen. Das ist die Idee dahinter. Oh, ein verrücktes Tier. Der Fuchs hier. Er greift Morse im Nahkampf an. Wo ist denn Morse? Ach, der ist da. Okay. Äh, Morse, dann komm du doch nochmal bitte zurück. Und, äh, Tier, Tier? Wo ist er denn? Äh, Riesenfaultier. Ist das Riesenfaultier? Du, kommst mal mit ins Tiergebiet 1. So, Lars dort, der trägt hier fleißig. Das ist sehr gut. So, wo bleibt das Tierchen? Hm. Ich weiß nicht. Das wird schon irgendwie kommen. Ich hätte hier noch gerne die Wand zu, dass die Leute da nicht reinkommen. Da ist noch ein langer Bogen. Na gut, der ist schlecht. Da ist das Vieh. Na komm, stirb, stirb, stirb! Sehr gut. Sehr schön. Gut, Morse, kannst weitermachen. Dankeschön für deinen Einsatz. Gut, die schlafen da alle. Sehr schön. Hier sind zwei große Betten frei. Die schlafen aber hier. Na ja, gut. Ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden, wie das läuft. Aber nicht zu laut schreien. So, wer kann denn jetzt hier mal schön ähm, spielt Schach? Na, hier sie. Ich glaub, der konnte hier auch Wände bauen, ne? Ja. Dann mach doch mal bitte das hier fertig. Dass wir hier mal das alles abschließen können, was wir hier mal eingerichtet haben. Und du kannst wieder im Heimatgebiet rumlaufen. Mein Freund. Und da müssen wir auch mal wieder auf die Jagd gehen. da müssen wir mal kurz gucken. Arbeit Jäger war Priscilla und Banshee. Priscilla hat einen langen Bogen und Banshee schläft und hat die Knarre. Keine Ahnung. Energieobjekt hier in Verschieße. Und da bin ich mal gespannt, wenn der auf die Jagd geht, ob das funktioniert oder ob wir da ein Problem kriegen. Aber wir werden mal die Muffer los hier. jagen. Das war wieder ein bisschen Fleisch kriegen. Hier sieht man langsam nicht mehr die Zahlen, was da drin ist. Na gut. Gut. Priscilla geht jetzt da hin. Mal schauen, ob das funktioniert mit dem langen Bogen. Keine Ahnung. Oder ob das jetzt eine schlechte Idee war. Okay. Auf jeden Fall kann der langen Bogen weit schießen. Ah, jetzt hat sie getroffen. Sehr gut. Die Wand wurde hier eingesetzt. Sehr gut. Takeo hackt hier weiter. Auch okay. Baut Slave. Er baut den Boden sozusagen. Okay. Alpaka schläft hier drinnen. Auch nicht schlecht. So, ihr seid gesund. Okay, die werden auf jeden Fall versorgt. Da haben wir jetzt erstmal keine Probleme. Das läuft doch erstmal.